Norad konnte bestätigen, die in Yucatan gestattete Rakete hat die USA nicht getroffen. Aber was denn dann? Ganz genau das sollt ihr Jungs herausfinden. Der Präsident hat Operation Urwek autorisiert. Ein Angriff auf eine Föderationsanlage in den Anden könnte die Antwort geben. Ihr werdet die Anlage infiltrieren und alle Infos über ihr Raketenprogramm holen. Das ist mit unserem alten Freund Rock. Er wird uns nicht in Ruhe lassen. Rocks Zeit wird kommen. Aber jetzt hat Urwek Priorität. Zeit 22.35 Abrücken. Kick, wir haben feindliche Uniform und sind unterwegs zum Sicherheitskontrollpunkt. Wir erreichen den Kontrollpunkt und gehen in Position für die Patrouille. Kontrollpunkt voraus. 10 Minuten, um ein Transportmittel zu finden und in Blackbird zu sein, bevor wir den Strom abschalten. Verstanden. Verstanden. Da ist es. Nicht schießen. Ich zähle 8 am Kontrollpunkt. Mit der Wache auf dem Turm sind es 9. Schalte den zuerst aus. Turm, rechte Seite. Nein, der hohe Turm rechts. Also gut, wir gehen schnell rein. Es hätte sauberer sein können. Bewegung. Logan, linke Seite. Keegan decken. Und schafft die Leiche weg. Die sieht man von hier. Hash, hinter mich. Und Deckung geben. Kick. Redbird ist sicher. Wo ist die Patrouille? Was in der anderen Bereich passiert ist, unterwegs zu euch. Genau nach Plan. Patrouille kommt. Showtime. Hoffentlich klappt das mit dem Uniform. Lass den BTR durch. Albuquer informat. Wohin, du hast den Fahrer. Nada. Passe autorisado. Donde ist der Luis? Crea hier. Identifikation. Fahrrad. El sole el tiempo. Ni parece frio. Wir fahre ausscheiden. Raus mit denen und dann rein. Uns Platz 30. Tasche. Alle rein. Los jetzt. Wenn ihr drin seid, nach dem Blackout, wird möglichst wenig feuern. Hash muss bereit sein, sich beim Wachdienst ins System einzuklinken. Verstanden. Scarecrow sind beim Club aus. Haben Fahrzeuge sichert. Können zum Blackout vorrücken. Autos mit Verstand. Blackout ist durch. Breitwand für ein Steg und Bergung der Daten. Verstanden. Entreden, Blackout. Schreire Fuck. Schreire ignorance. Schreire14 Timber. Schreire William. 10 Sekunden. Los! Raum sicher! Weiter, wir haben nicht viel Zeit. Brauch wegkommen. Springen die Panzer an! Ich hab's. Sobald der Strom angeht, hören und sehen wir mit. Starte statisches Testen. Und... Signal bestätigt. Aktivität voraus. Sicher! Victor jetzt vorbereiten. Bestätige 30 Sekunden, bis der Strom wieder da ist. Glüht auch die Dichtung, muss weg. Hier, Bohr. Bohr. Er hat Sicherheitsmechanismen. Bohr nicht zu tief. So ist gut. Gut, die erste ist erledigt. Platziere Ladung. Weiter zu Nummer 2. 20 Sekunden. Da ist es, Logan. Traunigdichtungen sind weg. Sprengsatz scharf. Termin zünden. Zurück! Sprengen. Die Vordertür ist auf. Zeit zum Nest. Vier Minuten. Feuer frei! Die Überwachung steht. Ich klinke euch ein. Booster sind jede Menge in deiner Richtung. Tambor sind nicht zu tief. Ich werde noch über dem Lock. Ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Auf der Zündervor kommt. Ich bin's dabei. Ich bin's dabei. Ich bin's dabei. Ich bin's dabei. Gut. Ihr eigenartig. Ich bin's dabei. Reinheit, die erste Zünder zu sehen. Ich bin's dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 Schnapp den Kerl! Schnapp den Kerl! Noch rechts! Nicht verzickeln, wir müssen weiter! Voraus ist alles sicher! Bewegung! Da durch! Wechsel zum Südkorridor! Ziele nähern sich eurer Position! Verlasse den Baum! Nehme den Steg zum Nest! Ich sehe minimale Aktivität auf der Straße! Ihr seid jetzt weg vom Radar! Auf die Ecken achten! Tango sammeln sich im Glasbau! Langsam! Halt! Sie sind auf der Seite! Aus dem Karpizern ist mein Hospital. Neh, Kabin Gonsalz! Oh, eben ordinarisch. Sie haben ja das hier auch hier. Es geht los! Los, Juni! Schnell! Bevor die ganze Wand ist aufgebaut! Ich bin fast am Zielort! Was sagt die Zeit? Alles prima, wir sind genau im Zeitplan. Wir sind im Nest! Bereiten Transfer vor! Legt alle auf der Kommando-Plattform die Taschen ab! Legt die Taschen auf dem Tisch hier ab! Hash, fang bei der Computeranlage an! Ich brauche 2 Minuten und 30 Sekunden für den Download! Roger, wir geben euch Deckung! Schnapp dir das Geschütz aus den Taschen! Sie verfolgen uns über die große Rampe! Du hast 30 Sekunden die Verteidigung vorzubereiten! Hash, hast du die Daten über die Rakete gefunden? Ja, ist alles da! Technik, Design, Einbau! Schnapp dir Minen aus den Taschen! Sie verfolgen uns über die große Rampe! Du hast 30 Sekunden die Verteidigung vorzubereiten! Hash, hast du die Daten über die Rakete gefunden? Ja, ist alles da! Technik, Design, Einbau! Viele kommen die Rampe runter! Und... ...hier sind die? Ja, ich bin sie. Die Gäste, sind die Tafel! Wissen Sie, die Daten über die Verteidigung der Funktionen! Wir werden also mit einem Besuchertsangene genet. Was für Sie, war sie, die Dynamisten? Ich bin aber auch hier! Wir werden nicht dazu! ...hier sind die Lokalagentheide. Das Wissen Sie, war sie, ist die Lokalentheide! Sie kommen durch die Türen von rechts ein! Sie kommen durch die Türen von rechts ein! Sie kommen durch die Türen von rechts! Sie sind bei rechts! Zurück zu ihnen! Sie kommen durch die Türen von rechts! 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 Sie treiben jetzt ihre Jungs zusammen! Das sehen wir auch! Ich schlage vor, ihr sputet euch ein wenig mehr! Sie kommen durch die Türen von rechts! Sie kommen durch die Türen von rechts! Sie kommen durch die Türen von rechts! Sie werden durch die Türen von rechts! Dann bringen sie mit Gerä parameters! Ich verstehe die Türen von rechts! Sie kommen durch die Türen von rechts! Schnell ansteigen. Wenn dem Angriff auf mein Zeichen warten. Merrick, diese Daten? Sie enthalten Opferprognosen. Opferprognosen? Für Städte. Überall in den USA. Darlene. Lexington. Chicago. Kick. Wir verlassen gerade die Basis. Haltet durch. Evakuierung in zwei Minuten. Sie kontrollieren die Wagen. Spielen wir mit. Halte an, aber sei bereit. Halt! No se puede, donde están! El mando nos asignó al perimetro. No tenemos tiempo para esto. Hey! Paren el motor. Quédense las Máscaras. Ah! 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 Wagen unran. Ah! Ach! Ah! 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 Schießt! Spannungsgeräusche Untertitelung des ZDF, 2020